Hallo und Willkommen zu Zowa zockt an für euch! Diesmal spielen wir zusammen Headstone Heroes of Warcraft. Das ist von Blizzard Entertainment und viele von euch kennen das natürlich schon. Das ist ein reines Kartenspiel. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich kenne es noch gar nicht, ich habe es noch gar nicht probiert. Weil das viele von euch spielen, habe ich mir gedacht, ich probiere das auch mal aus. Mal gucken, vielleicht macht das ja Spaß, vielleicht macht das ja Laune und vielleicht wird da ja auch mehr draus. Das müsst ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ich da mehr von euch machen soll oder nicht. Wie gesagt, ich bin noch ganz neu, ganz frisch dabei. Aber jetzt muss ich ja zugeben, ihr seht es, ich habe da schon ein bisschen reingelinzt. Eigentlich wollte ich nur die Grafik ein bisschen einstellen, aber da war dann schon das erste Tutorial oder die ersten beiden Tutorials, die habe ich schon mal gemacht. Ich konnte nicht anders. Ich, na, das hat mich so in den Fingern gejuckt. Komischerweise, aber ja, wir fangen jetzt mit dem, wir machen jetzt mit dem nächsten weiter da halt eben und werden mal gucken, wie das weitergeht mit dem Kartenspiel, wie das funktioniert. Also genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Also das erste habe ich noch ein bisschen, dieses Tutorial macht man ja schon mit und da guckt man ja schon einiges. Aber man weiß nicht. Und vielleicht wäre da ja mehr draus. Jaina gegen Lehrensucher Joe! Okay. Wenn Dina sich bekämpfen, dann erleiden beide Schaden. Gut. Euer Zug. Okay, wir sind an der Reihe. Gut, gut. Welchen nehmen wir denn da? Welchen nehmen wir denn da? Wir nehmen den hier, den Blut, wie heißt der? Blutsumpfraptor, den nehmen wir doch. Ich brauche mehr Mana, bevor ich diese Karte ausspielen kann. Also gut, okay, das mit der Mana, das muss ich erst noch lernen. Okay, müssen wir den nehmen? Die ziehen wir mal raus. Das war's. Das war's. Okay, der nächste ist dran. Ich bin vielleicht nicht so geschickt mit Schwert und Bogen, doch habe ich viele Freunde. Ja, Lehrensucher. Okay. Euer Zug, wir sind dran. Oh. Jetzt haben wir. Fügt an ein Dina, haben... Eure anderen Dina haben ein plus ein Angriff. Und das fügt an... Sollen wir den da ranholen? Dann haben wir ordentlich Sumpf. Wir haben ja zwei. Den dürfen wir natürlich nicht nehmen. Den dürfen wir benutzen. Ich benutze den hier. So. Das haben wir. Jetzt müssen wir den nochmal einsetzen. Aber der ist, äh, der hat bestimmt weg. Oder sollen wir gleich auf Fadi gehen? Können wir das überhaupt nicht? Können wir nicht. Doch, können wir wohl. Nee, können wir nicht. Da können wir nicht hin. Na gut, nehmen wir den hier. Das war's. Okay. Okay. Upsi. Zwei und zwei. So, wir sind dran. Was haben wir jetzt? So, wir haben... Plus ein Angriff. Plus ein Angriff. Hm. Pass mal auf, den nehmen wir den mit rein. Zack. Sehr schön. Dann können wir normalerweise... Wie gesagt, wir gehen auf Fadi. Die können wir jetzt nicht. Das kann ich nicht tun. Das war's. Hab ich getan. Was, was konnte sie nicht tun? Hab ich jetzt nicht gekriegt. Aber wir sind fertig. Okay. Okay. Los, Kogedil. Zwar, wir haben vier. Wir dürfen den da mit reinnehmen. Und wir haben... ...den natürlich auch. Das holen wir mal rein. Was hat er hier denn? Was war denn noch? Angriff und was war Verteidigung? Was war Angriff und Verteidigung? Verteidigung ist ja ja nicht viel besser, ne? 18. Können wir noch was tun? Wir können nichts mehr tun. Ja, leeren Such. So, nun kommt Fadi. Und haut uns ganz heftig dran. Oh. Oh, du Schande. Ich glaube, wir gehen hier drunter. Drunter, drunter. Was haben wir denn da? Können wir mehr als eine Karte rauslegen? Plus ein Angriff. Das ist jetzt die große Frage. Nehmt das! So, kann ich noch eine Karte rauslegen? Ich kann noch eine Karte rauslegen. Aber das bringt uns nichts, weil er uns denn hier ganz böse angreifen wird. Na gut, jetzt sind unsere beiden Karten weg, glaube ich. Also die eine auf jeden Fall, ne? Wir sind fertig. Okay. Ah, leeren Such. Okay. Spass. Ah, haha. Ihr könnt mich nicht treffen. Für den Moment. Erst schlage ich eure Truppen, dann euch. Okay. Nehmen wir doch die. Ziehen wir zwei Karten. Na, da kommt ja was richtig Gutes. Den zum Beispiel könnten wir rausholen. Angriff 5, Verteidigung 1. Na, das ist natürlich schade. Das wäre dumm, wenn ich den jetzt rausnehmen würde. Der wäre ja weg, glaube ich. Aber ich muss den rausnehmen, oder nicht? Da habe ich den ja rausnehmen. Gut. Und wir machen uns auf den Weg und schmeißen hier wen raus? Vier und drei. Zwei und zwei, zwei und drei. Hm. Der hat drei einen Angriff. Schade. Mehr können wir nicht tun, ne? Ich muss eine Runde warten, bis sich mein Manna regeneriert hat. Ja, ist ja gut. Oh Gott. Oh. Ich habe neue Freunde kennengelernt, die sowohl heilen, als auch kämpfen können. Hat jemand den Arzt gerufen? Ich glaube, ich gehe... Die da mit Kampfschreien haben einen Effekt, wenn sie ausgespielt werden. Oh Gott. Das will... So. Weißt du was? Wir ziehen die raus. Wir können eh nicht viel machen. Kampfschreitzie eine Karte. Hm. Mist. Aber andersrum, wenn ich die jetzt benutze, kann ich nicht viel anderes tun. Schade. Ich glaube, wir gehen drauf. Wir gehen furchtbar drauf. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Fünf. Wir können die noch rausziehen. Das war's. Mehr können wir nicht tun. Furcht führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass führt zu Bauchschmerzen. Ja. Fürchte ich auch. Es geht, äh... Es geht ganz böse. Krieg sollte immer das letzte Mittel sein. Ihr seid naiv, Lehren-Sucher. Hm. Vielleicht. Na gut, dann versuchen wir mal hier unser Glück. Das ist kein gültiges Ziel. Echt nicht? Warum nicht? Das ist kein gültiges Ziel. Darf ich nicht? Was haben wir denn da? Den haben wir schon mal ausgeschaltet. Jetzt können wir noch... Jetzt haben wir die schon mal ausgeschaltet. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt müssten wir... Was haben wir hier? Zwei in Angriff. Zwei in Angriff. Den müssten wir auch ausschalten. Hm. Oh, das ist hier weg. Ihr seid ganz schön mächtig. Da glaubt man dran. Den nehmen wir doch. Wenn wir meinen... Das war's. Das war's. Mehr können wir nicht tun. Na gut. Ihr seid sehr stark, Jaina. Plus zwei. Oh. Ziehen wir zwei Karten. Was haben wir da? Oh, das ist doch was Feines. Der hier. Den nehmen wir uns ran. Was glotzen so? Was glotzen so, Alter? Zwei im Angriff. Eine in Verteidigung. Das geht auf... Zack. Wenn ihr meint. Den nehmen wir den. Mehr können wir nicht machen. Wie gesagt, ich bin da ganz komplett neu. Und ich glaube, ich mach das auch total verkehrt. Aber... Das müsst ihr mir ein bisschen nachsehen. Das ist ja noch das Tutorial hier so ein bisschen. Ich glaube, nachher später gegen richtigen... Richtigen, ähm... Was haben wir denn? Zehn? Wir haben zehn. Richtigen, ähm... Gegner. Und den nehmen wir auch mit raus. Fünf. Jetzt werden wir ihn mal... Zack. Gewonnen. Ihr seid wahnsinnig gut. So sieht's aus. Aber wie gesagt, das ist ja nur das Tutorial. Und, ähm... Ich glaube, das wird noch... Ich glaube, da werde ich sehr schlecht abschneiden mit. Aber ich bin mal gespannt. Belohnung. Okay. Wen haben wir jetzt? Es war mir eine Ehre, Leonsucher. Okay. Dann gehen wir mal hier König Muglar. Mit dem wir eine Runde spielen. Mal sehen, was er sagt. Jaina gegen König Muglar. Okay. Ihr versteht eine Karte nicht. Bewegt den Auszeiger darüber. Okay. Noch haben wir die ganzen Tipps. Ihr seid zuerst dran. Schon wieder. Wir haben schon wieder Schwein gehabt. So, was haben wir da verursacht? Er hat sechs Schaden. Ansturm. Ansturm? Und... Es ist König Muglar. Erledigt ihn, solange er allein ist. Solange er allein ist. Dieser Diener ist sofort anglafsbereit. Aha. So einer ist es also. Ich kann ihn aber nicht benutzen. Ich muss mit Nummer eins anfangen. Wir sind fertig. Das war's. Nee, können wir nicht machen. Warum bewerfen mich diese Affen mit Bananen? Fragezeichen. Was heißt denn Banane? Wir haben eine Banane gekauft. Und was ist das hier? Ansturm. Wir haben... Wir haben zwei. Wir haben nichts anderes. Wir müssen ja... den hier raus. Was heißt das? Verleiht einen befreundeten Diener. Plus eins, plus eins. Okay. Gut. Dann nehmen wir das mal raus. Gut. Dann können wir auch jetzt angreifen. Das werden wir auch machen. Was haben wir denn da? Zwei in Verteidigung. Zwei in Angriff. Einen Angriff. Einen Verteidigung. So. Zack. Faddi kriegt eins. Nein, natürlich auch. So. Das war's. Ja, das war's wieder. Wir machen wieder... Ist sein... sein Zug. Der verrückte Affe. Oh. Was haben wir jetzt? Wir haben drei. Was haben wir denn hier für ein Ist? Ansturm. Den ziehen wir raus. So, er ist sofort einsatzbereit. Was haben wir noch? Ich muss eine Runde warten, bis ich mein Mana regeneriert habe. Achso, ich habe keine mehr. Ist okay. Dann muss ich hier mal angreifen. Was haben wir denn hier? Zwei in Verteidigung. Drei in Angriff. Dann müsste ich ja mit dem... Wenn ich den... Mit dem könnte ich so angreifen. Zack. Kostet einen Stahl! Das war's. Das war's. Okay. Dann mal sehen, was er vorhat. Oh, scheiße. Beide weg. Na super. Das fängt ja gut an. Och, Mensch. So. Kampfschrei. Stell zwei Leben hierher. Okay, was haben wir noch? Was haben wir denn alles? Ähm. Ein Feuerball. Verursacht sechs Schaden. Der ist vier, ne? Wir haben ja nur vier. Ich muss... Ich muss erst mal... Und der ist wild. Ich muss eine Runde warten, bis ich mein Mana regeneriert habe. Ah, okay, okay, okay. Stell zwei Leben wieder her. Zack. Hat jemand den Arzt gerufen? So. Der muss abwarten. Drei. Und einen Verteidigung. Verstellt meinen Stahl! Das war's. Das war's. Okay. Na gut. Wie gesagt, ich muss dann noch einiges lernen. Einiges lernen. Aber es sieht ja im Moment... Okay, was ist das für einer? Tötet diesen Affen, sodass ich Muggler erledigen kann. Muggler. Einen und vier in Verteidigung. Alter, der macht uns ja alle. Wir haben fünf. Was können wir denn da? Den können wir auf jeden Fall rausholen. Vier. Was haben wir denn da? Freunde, die haben wir plus einen. Bringt uns alles nichts. Das ist eine rausgeschmissene Karte. Sechs. Feuerschaden. So, und den. Plus zwei. Plus zwei. Ein Diener mit Spott ist im Weg. Ein Diener mit Spott. Das ist Spott. Freunde müssen Diener... Ach so. Den muss ich erst angreifen. Hm. Plus eins, plus eins. Gut, dann ist auf jeden Fall meine Karte bis weg. Mist. Naja, Pech gehabt. Ich muss auf Verteidigung gucken. So war es auch. Ach, da muss ich doch mal da hin. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Spott. Vier. Haben wir vier? Wir haben vier. Den nehmen wir raus. Das war's. Das war's? Nee, Leute. Das kann doch nicht das Wesen sein. Das ist Spott. Die müssen sich auf jeden Fall angreifen. Oh Gott. Na gut. Ich bin gespannt. Stellt acht Leben wieder her? Was ne Schweinerei. So ne Karte liegt auch. Spott. Da ist nochmal so einer. Gottes Willen. Was haben wir denn noch? Ähm. Wildtierschaden. Auf jeden Fall nehmen wir den raus. So. Den nehmen wir raus. Den nehmen wir raus und... Eure anderen Diener haben plus einen Angriff. Und den nehmen wir auch raus. Nehmt das! So. Jetzt könnten wir noch jemand mehr rausholen. Verleiht einen befreundeten Diener. Einen. Einen. Einen befreundeten Diener. Plus Angriff. Plus Verteilung. Hm. Wen nehmen wir denn da? Wen nehmen wir denn da? Sollen wir die rausnehmen oder sollen wir die rausnehmen? Wir können alle rausholen. Zack. Und dann können wir die auch noch rausholen. Welchen geben wir denn her? So. Und jetzt könnten wir normalerweise... Ja, ha, 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 man! Ne, warte mal. Das machen wir anders. Plus 1, plus 1. Den, äh... Welchen nehmen wir denn da? Meine Güte. Ach, die können wir alle nicht benutzen. Ha, ha, ha. Wenn ihr meint? Meinen wir. Oh! Ist vielleicht durchgewiesen. Ha, 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 man! Die Christel 5. Gezwungen. Das war's. Ist okay. Wir müssen warten. Habt ihr das gehört? Was? Was ist das denn für einer? Alter, nein. Was ist das denn? Zwei neue Karten. Zehn und zehn, alter Schwede. Wat ne Schweinerei. Was haben wir denn hier? Fügt den Feinden diesen einen Schaden zu. Na, besser ist nichts. Hier müssen wir noch draufhören. Elf. Was haben wir denn? Vier. Wie können die alle benutzen? Was machen wir da? Denn sind ja alle die... Ja, ha, 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 man! Vier. Fünf. Und der ist bestimmt gleich... Das ist Spott. Also die muss man auf jeden Fall... Zu den Waffen! Vier. Das war's. Okay. Mist. Wir sind am Zug. Wir haben neun Punkte. Was haben wir hier? Spott. Das sollte aber jetzt eigentlich zu knacken sein. Ach, den können wir nicht benutzen. Aber hier. Zack. Und zack. Das müsste gewesen sein. Yes. Den haben wir auch im Sack. Wie gesagt, ist ja nur das Tutorial. Und ähm... Ich glaub, das wird noch wesentlich härter. Oder ich... davon aus, dass wir da nachher nicht eine Chance haben. Ich glaube nicht, dass wir Muggler zum letzten Mal gesehen haben. Bestimmt nicht. Spielen. Was haben wir hier? Helmes hast du nicht gesehen. Okay. Gut, Freunde. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ich das mal wieder für euch zocken soll. Ob ich das mal wieder eine Runde machen soll. Ähm... Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein... Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, nicht? Da braucht man das nicht immer wieder zu erzählen. Aber, ähm... Ja, dann sehen wir uns in einer nächsten Folge wieder bei Zowa. Zockt an für euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.